Der nächste Spider-Man-Comic erscheint auf Vivi als NFT, außerdem schauen wir uns den nächsten DC-Poster-Drop an und wir gehen natürlich nochmal explizit hier auf die James-Bond-Poster an, denn hier gibt es auch wieder ein sehr interessantes Special, unter anderem gehen wir noch darauf ein, was mit OKEX los ist, warum passieren da keine Einzahlungen und Auszahlungen, das und mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest und ich würde sagen, wir starten heute direkt rein ins Thema, denn wir haben auf jeden Fall eine Menge Drop-Ankündigungen und ich würde sagen, let's go up ins Video. Gehen wir als nächstes auf den nächsten Spider-Man-Job ein und zwar nämlich auf den Amazing Spider-Man Hashtag 93 Job aus dem Jahr 2018. Insgesamt wird das Ganze hier natürlich wieder exklusive Rare und Ultra-Rare Cover beinhalten, das Ganze wird am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen, außerdem sehen wir hier die First Appearance of Chasm und Spider-Man vs. Spider-Man, wie man das glaube ich schon hier auf jeden Fall an dem Cover erkennen kann. Mir persönlich gefällt auf jeden Fall hier die Ultra-Rare wie auch die Rare sehr sehr gut und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Job abschneiden wird. Die Daten auf GoCollect sind leider für uns nicht zugänglich an dieser Stelle bzw. wir sehen an dieser Stelle nichts an. Aber um euch natürlich hier trotzdem ein paar Daten zu liefern, habe ich doch noch hier auf jeden Fall einmal ein paar Daten für euch mit dabei und zwar nämlich einmal für die 9.8. Ja, da seht ihr, da ist so im Prinzip der letzte Sale 70 Dollar gewesen jetzt im Dezember, das ist nicht gerade viel, wie ihr seht. Also hier können wir auf jeden Fall nicht mit allzu hohen Preisen rechnen. Anschließend kommen wir zum nächsten digitalen Collectible von DC und zwar wird das Ganze hier eine Limited Edition sein mit insgesamt drei Poster. Das Ganze wird am Dienstag um 21 Uhr deutscher Zeit droppen und hier sehen wir tatsächlich die Justice League mit einmal drauf. Entschuldigt bitte die Qualität, es geht leider an dieser Stelle nicht besser, ich sehe das genauso wie ihr. Ja, aber ich denke man kann so auf jeden Fall ungefähr erkennen, was wir hier sehen werden. Das ist auf jeden Fall das, was wir dann am Dienstag um 21 Uhr deutscher Zeit sehen werden. Ich denke mal der Listenpreis wird sich etwa bei 40 Gems liegen. Den nächsten Bond Poster Drop an und hier. Und der ganze Drop wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Ich werde mal sehen, ob ich das tatsächlich hier auch schon schaffe, vor dem ganzen Drop hochzuladen. Ansonsten hier auf jeden Fall noch die Information zum Air Drop. Wir haben hier insgesamt, wie gesagt, sechs Poster. Das Ganze einmal sogar noch mit einem Air Drop. Der Snapshot, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr alle sechs Poster halten müsst, ist der 21. Dezember zwischen 17 und 21 Uhr deutscher Zeit. Wenn ihr dort nicht die Poster haltet, ja dann bekommt ihr auch keinen Air Drop an dieser Stelle. Ansonsten der Air Drop selbst wird am 24. Dezember droppen. Schauen wir uns doch jetzt aber den Drop mal ganz genau an. Das Ganze wird natürlich immer im Blindbox Format sein und dementsprechend einen Listenpreis von 40 Gems betragen. Edition Zahl ist hier an dieser Stelle 907. Das Ganze ist außerdem eine Ultra Rare und natürlich eine First Edition. So sieht das Ganze aus an dieser Stelle hier für das erste Poster. Dann kommen wir aufs zweite Poster zu sprechen. Das ist einmal das hier. Dort werden wir insgesamt auch wieder 907 Editions haben und Ultra Rare und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt einfach auch nur nochmal auf die Poster ein, weil im Prinzip die Daten sind hier an dieser Stelle bei jedem Job gleich. Dann haben wir das hier einmal als drittes Poster. Mein persönlicher Favorite, wenn überhaupt bei diesem Poster tatsächlich. Dann schauen wir uns mal das vierte an. Das ist das hier einmal. Dann haben wir noch das fünfte hier einmal mit dabei. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ist denke ich aber an dieser Stelle alles Geschmackssache. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Nummer 6. Und als letztes dann natürlich hier noch den Air Drop, den ich auch gar nicht schlecht finde an dieser Stelle. Ja und nun kommen wir zu einer Entdeckung auf Immuter Scan, die ziemlich interessant ist. Denn man kann hier nämlich tatsächlich schon jedenfalls visuell ein Angebot machen, um einen Kauf zu machen. Also zum Beispiel hier haben wir dieses Comic und ich möchte das Ganze jetzt zum Beispiel kaufen. Das heißt ich kann hier zum Beispiel Make Offer auswählen und dann kann ich hier auswählen erstmal mit welchem Token ich überhaupt bezahlen möchte. Ja da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Natürlich auch den Omi Token kann das Ganze hier natürlich jetzt eingeben. Sagen wir mal so. Ja einfach mal 0,4 Omi Token ist natürlich an dieser Stelle gar nichts. Ich denke das ist hier genauso. Dann könnte man hier auf Make Offer drücken. Da passiert natürlich momentan noch nichts. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass es hier diesen Button schon gibt. Und dass im Prinzip das Ganze nur noch freigeschaltet werden muss. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ganze in Zukunft für ausgewählte Lizenzen auf jeden Fall sehen. Für Künstler unter anderem. Aber das auf jeden Fall hier nochmal ein ganz kurzes Update. Als nächstes gehen wir auf die Handelsplattform OKEX ein. Ich weiß, dass da draußen einige doch noch auf OKEX entweder Omi Token haben oder dort tatsächlich auch handeln. Dort wurde tatsächlich gestern hier auf jeden Fall die Ein- wie auch Auszahlung storniert. Das Ganze muss jetzt aber tatsächlich nichts heißen. Denn es gibt anscheinend Probleme mit dem Cloud-Anbieter und dementsprechend wurde in Folge hier das Ganze gesperrt. Das heißt trotzdem gilt natürlich wie immer, packt eure Omi Token entweder auf dem Meta-Mask oder ein Ledger. Das ist noch besser. Also hier auf jeden Fall wirklich Vorsichtsmaßnahmen treffen, jede Börse treffen. Aber hier auf jeden Fall nur eine ganz kurze Information für jeden, der sich da draußen fragt, was ist denn jetzt hier mit OKEX los. Weil wie gesagt, ich weiß, dass auf jeden Fall einige von euch auch OKEX für Omi Token benutzen. Als nächstes gehen wir auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz auf ein Twitter-Space ein. Und zwar nämlich mit dem Produktdirector Mitch M. Und hier werdet ihr auf jeden Fall live auf Twitter das Ganze mitverfolgen können, das ganze Interview. Und ja, ich werde euch das Ganze einmal unten in die Beschreibung packen, dann könnt ihr das Ganze auf jeden Fall anhören. Ansonsten wird das natürlich recordet und ihr werdet natürlich dann morgen eine Zusammenfassung hier auf meinem Kanal finden zu dem ganzen Interview. Das heißt, wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast und das Ganze nicht verpassen möchtest, dann mach das jetzt auf jeden Fall und drück auf jeden Fall noch die Glocke, dann verpasst du definitiv nicht mein nächstes Video. Als nächstes schauen wir uns nochmal die Gewinner von 12 Days of Bibi an. Das ist auf jeden Fall hier erstmal die erste Seite. Und dann schauen wir uns nochmal den letzten Tag an, Tag 6 an dieser Stelle. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Und wenn auf jeden Fall jemand mal von euch hier gewonnen hat, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen, wichtigen, informativen Video für dich da draußen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen. Bis zu sehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen und Mittag genannt. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.